Das Grillen mit dem Gasgrill bietet sehr, sehr viele Vorteile. Zudem haben wir hier die Möglichkeit, das Feuer sehr, sehr schnell anzuzünden und dann ein sehr hochwertiges Grillerlebnis zu erzielen. Allerdings darf der richtige Gasgrill dabei nicht fehlen. Wir sprechen in diesem Video einmal über den Kessa Gasgrill Master Barbecue. Wir haben hierfür zahlreiche externe Tests und Vergleiche ausgewertet. Wir möchten das Ergebnis in diesem Video präsentieren, auch wenn wir leider nicht selbst testen konnten. Aber wir zeigen euch auch nochmal, wo ihr dieses Modell möglichst günstig herbekommen könnt. Herzlich willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Bei dem Kessa Gasgrill Master Barbecue handelt es sich um ein 800 Grad Infrarot- und Grill-Thermometer-Set. Alle Empfehlungen aus diesem Video findest du auch nochmal ganz übersichtlich unter dem Video in der Infobox. Dort findest du ebenfalls das aktuelle Top-Angebot, alle wichtigen Informationen aus dem Video und weitere hilfreiche Tipps. Aktuell könnt ihr je nach Angebotszeitraum außerdem noch ein bisschen Geld sparen. Ein Blick in die Infobox lohnt sich auf jeden Fall und weiterhin viel Spaß mit dem Video. Wir haben hier eine LED-Beleuchtung mit dabei und einen 4 plus 1 Brenner aus Edelstahl. Zudem ist der Grillwagen extra groß, also XXL hier. Zudem haben wir noch Seitenkocher mit dabei und das Ganze läuft eben über eine Gasflasche. Das Ganze gibt es zudem in zwei Variationen, einmal in schwarz und einmal in grau bzw. silber. Der Vorteil liegt darin, dass wir hier eine sehr, sehr gute und hochwertige Edelstahlfertigung haben. Angefasst hier die Vorteile. Das Gerät ist sehr hochwertig verarbeitet. Das wird von den Kunden sehr vielfach gelobt. Der Gasgrill Wagen besteht, wie gesagt, aus Edelstahl und ist aus hochwertigem, emiliertem Stahl und Teilen aus Stahl verarbeitet. Das sticht hier bei diesem Modell besonders hervor. Zudem ist das Ganze multifunktional, denn wir haben hier 360 Grad Lenkräder mit integrierten Feststellbremsen. Das Ganze lässt sich also auch sehr, sehr gut verschieben und ist sehr sicher. Zudem ein sehr leistungsstarkes Modell mit einer Leistung von 2,93 Kilowatt. Der Vier-Hauptbrenner, so kann man die Grilltemperatur sehr schnell erreichen, die man möchte. Und im Vergleich zu anderen Modellen kann der Grill mit seinen insgesamt 14,9 kW sehr schnell die Arbeitstemperatur, die man möchte, eben erreichen. Zudem kann man hier entsprechend sehr schnell zubereiten. Das Modell erreicht laut Hersteller Temperaturen von bis zu 800 Grad. Und wir haben hier einen integrierten Keramik-Seitenbrenner, der eben ideal dazu geeignet ist, Fleisch zu grillen. Und wir haben hier die Möglichkeit, die Zone zu nutzen, nicht nur als Hingucker, sondern eben auch für eine etwas bessere Grillgeschwindigkeit bei bis zu 800 Grad. So kriegen wir ein sehr saftiges und leckeres Fleisch mit guter Kruste. Das wird von vielen Kunden gelobt. Das Grillergebnis soll bei diesem Modell sehr, sehr gut sein. Und die Rauchentwicklung ist ebenfalls hier gut, denn die ist nicht so hoch. Im Vergleich deutlich geringer. Und letztendlich hier, egal ob auf Terrasse, auf dem Balkon oder im Garten, kann man hier wirklich ein sehr gutes Grillergebnis erzielen und Grillerlebnis auch erzielen, ohne den Nachbarn zu stören. Also das ist ein Vorteil, auf den sehr, sehr viele Kunden Wert legen bei diesem Modell. Und insgesamt besticht hier insbesondere die sehr lange Lebensdauer, die immer wieder gelobt wird, die hochwertige Verarbeitung, gerade auch bei dem pulverbeschichteten Stahl und die sehr gute Stabilität. Das sind alles so Punkte, die bei diesem Modell von Kessa sehr, sehr gut ankommen und auf jeden Fall zu loben sind. Entsprechend ist dieses Modell für diesen Preis auf jeden Fall zu empfehlen. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video hier ein paar Hinweise geben und die Kaufentscheidung ein bisschen erleichtern. Schaut gerne unter dem Video nochmal in die Videobeschreibung hinein für den besten Preis, das aktuelle Angebot und lasst uns gerne einen Daumen hoch und ein Abo da und bis zum nächsten Mal bei Dr. Day.